Heute ist Freitag und für die Bullen ist das schon mal eine richtig, richtig gute Nachricht, denn an Freitagen, da wird gerne der Wichs nach unten geprügelt, also die Wohler geht zurück und das bedeutet, oder die Wohlererwartung, und das bedeutet, dass dann die Aktienkurse meist steigen. Der Wichs ist ja praktisch ein Barometer dafür, wie viel Volatilität die Marktteilnehmer in einzelnen Aktien erwarten. Je geringer die Wohlererwartung, umso weniger Angst ist im Markt, umso wahrscheinlicher, dass die Kurse eben dann steigen. Und der Freitag zeigt ein wunderbares Muster, fast ein Autopilot, wie Sven Henrik hier mal gezeigt hat. Immer wieder sehen wir, dass am Ende der Woche, dass am letzten Handelstag der Woche, dann der Wichs nach unten geschickt wird. Am Montag ist dann meistens Hoffnungstag, Freitag ist Wichs-Crush-Tag und so geht es eben meist für die Märkte nach oben. Wir haben heute noch den Sonderfaktor kleiner Verfall heute und das könnte nicht unwesentlich sein, denn es steht einiges auf dem Spiel. Hier geht es ja um den Verfall von Optionen und es ist grundsätzlich ja so, dass die Market Maker, also die Broker, wenn man so will, die an Kunden diese Optionen verkaufen, dass die sich absichern müssen. Und in der Regel ist es so, die allermeisten Kunden sind auf der Long-Seite, dementsprechend müssen sie sich, nämlich diese Market Maker absichern, indem sie dann zum Beispiel eine Tesla-Aktie kaufen. Wenn sie vorher Call-Optionen auf Tesla verkauft haben, dann kaufen sie die Aktie von Tesla physisch, um sich abzusichern, denn normalerweise ist der Gewinn des Kunden der Verluste des Brokers. Das muss man irgendwie ausgleichen, dementsprechend kann es sein und das war das letzte Mal so, als wir Verfall hatten, Kleinverfall oder was sehr große, weiß ich gar nicht mehr genau, dass dann kurz vor Handelsschluss am Freitag dann die Märkte nochmal etwas nach unten gegangen sind, weil eben diese Absicherungspositionen, meistens Käufe auf der Long-Seite durch die Market Maker, dann aufgelöst wurden, sodass wir dann kurz vor Handelsende eben nochmal einen Schnaps nach unten bekommen haben. Ist das heute das Muster? Wix Crush Friday, also die Kurse erstmal nach oben, um dann kurz vor Handelsschluss nach unten zu gehen. Denkbar wäre es, es wäre zumindest ein nicht untypisches Muster. Schauen wir uns mal an, was gestern passiert ist und das war relativ untypisch, denn wir haben gesehen, dass Tech verloren hat. Amazon über 1% im Minus. Apple, all diese großen Werte gestern schwächer, die Gewinner der letzten Wochen schwächer, deswegen der Sektor Information Technology mit 0,8% im Minus. Wir sehen Energie deutlich im Minus wegen eben dem Ölpreisverfall und wir sehen, dass hier defensive Werte gesucht waren, wie etwa Utilities, also Versorger. Diese Aktien aus diesem Sektor steigen meist, wenn die Renditen fallen der Anleihen, der Staatsanleihen und das ist gestern wieder mal passiert. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe ist nach unten gegangen und wir sehen hier eine große Differenz, grün in diesem oberen Chart ist der S&P 500 und rot ist die 10-jährige US-Staatsanleihe. Warum haben wir jetzt dieses Auseinanderklaffen zwischen Aktienmärkten auf der einen Seite und Anleihenmärkten auf der anderen Seite? Wir sehen hier ein Muster aus dem Jahr 2020, also aus dem Vorjahr. Gut, da gab es Corona, das war etwas, was wohl niemand so richtig auf dem Zeiger hatte. Da haben wir gesehen, dass die Anleihenrenditen auch schon gefallen sind, die Aktienmärkte noch gestiegen sind. Möglicherweise ist da ein kleiner Gamechanger am Start derzeit, das zumindest hat die Bank of America in ihrer Umfrage gezeigt unter diesen ganz großen Fondsmanagern, die sagen, eigentlich haben wir nicht mehr wirklich als Hauptsorge eine dauerhafte Inflation, sondern wir haben die Sorge, dass jetzt das Beste bereits abgefrühstückt ist, in Sachen Konjunktur und in Sachen Unternehmensgewinne. Dementsprechend praktisch man jetzt schon ein defensives Verhalten an den Tag legt, indem man zum Beispiel eben Staatsanleihen kauft, weil man sich sagt, hey, das Ding ist schon abgefrühstückt, das Ding ist schon gegessen. Die Aktienmärkte sagen sich, hm, nö, ist nicht so. Wobei die Aktienmärkte vielleicht falsch ist, denn wir haben es ja bisher mit nur wenigen Aktien zu tun gehabt, die eben die Märkte getrieben haben. Der Breath, also die Marktbreite, war extrem schlecht bei allen drei großen Indizes in den USA. Der Breath ist also die Marktbreite bei unter 50 Prozent, mithin sind also weniger als die Hälfte der Aktien in ihrem Aufwärtstrend oder in einem Aufwärtstrend. Jetzt sehen wir mal, woran das liegen könnte. Hier sehen wir eine Aussage, dass die Yield Curve, also die Zinskurve, was sagt uns die eigentlich? Wir haben ja jetzt eine Verflachung der Zinskurve gesehen. Normal ist, wenn man bullisch ist für die Konjunktur, wenn die Wirtschaft nach oben geht, sieht man eine Versteilung der Zinskurve. Das heißt, die Spanne zwischen den Renditen kurzer laufender Anleihen und länger laufender Anleihen wird größer. Derzeit sehen wir das Gegenteil, eine Verflachung, wenn die ganze Geschichte dann invertiert, sich umkehrt, dann ist das meistens ein Signal für eine Rezession. Jedenfalls sehen wir, dass die Notenbanken, klammheimlich, wenn man so will, schon Liquidität aus dem Markt ziehen. Gestern wieder etwa bei der FED diese Reverse Repos. Über 800 Milliarden Dollar, einmal mehr. Hier sehen wir die People's Bank of China gelb. Wir sehen die FED schwarz und die EZB rot. Die EZB ist da noch eher sozusagen im Vollgasemodus, aber die FED entzieht faktisch durch diese Reverse Repos den Banken Cash oder den Geldmarktfonds. Die geben ja das Cash gegen eben US-Staatsanleihen. Also vielleicht ist das schon ein Prozess im Gange, der auf Liquiditätsentzug hindeutet. Gestern Paul übrigens auch in Sachen Inflation wieder interessante Sachen. Ich habe das gestern Abend im Markt geflüstert, schon ein bisschen aufgenommen. Die große Frage, sagt er hier, wie reagieren wir auf die Inflation, die ist höher als wir erwartet haben. Oder irgendjemand das erwartet hatte. Also wir haben uns geirrt, alle anderen haben sich auch geirrt. So sagt er hier. Und this is not moderately above 2%. Also wir sind derzeit nicht nur moderat über 2%, sondern wir sind ganz weit über 2%. Wir verstehen das, sagt er. Aber es bleibt dabei, man hat sich geirrt. Und jetzt ist die Frage, irrt man sich mit diesem Transitory, mit diesem vorübergehenden Inflationsschema. Das ist ja eines der Themen nach wie vor. Und wir sehen, dass diese Inflation eher zyklisch wird. Also die Komponenten, die zyklischen Komponenten in Sachen Inflation nehmen zu. Und das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed doch ein bisschen stärker agieren muss. Stärker auf die Bremse treten muss. Hier sehen wir zum Beispiel mal die Container, Frachtraten für 40 Food Container. Da geht es weiter nach oben. Wer zum Beispiel, neues Allzeithoch by the way, von Shanghai nach Rotterdam, der ist mit 13.000 Dollar schon dabei. Von Shanghai nach Los Angeles, 9.700, absolute Höchstwerte. Also da steigen die Preise weiter. Das deutet darauf hin, dass Transitory doch ein sehr dehnbarer Begriff ist. Wir haben dann zum Beispiel auch Extremsituationen im Bereich Auto. Wenn Sie sich ein Auto kaufen wollen, gehen Sie mal zum Händler und fragen, kann ich das haben? Wann kann ich das haben? Vielleicht so in sechs bis acht Monaten, wenn es gut läuft. Also da ist ein Riesenproblem eben durch diesen Chipmangel. Wer mit den Leuten spricht, die sich Autos kaufen wollen, der ist da gut informiert über das, was da derzeit abläuft. Und abschließend in Sachen Deflation oder Inflation sehen wir, dass die Amerikaner jetzt erstmals wieder Inflation aus dem Ausland importieren. Davor war es eher die Deflation, die sie importiert haben. Auch hier hat sich ein Trend gewendet, der seit 2012 der Fall war. Heute haben wir, und das wird wichtig sein, nochmal zu diesem Thema haben wir das Beste schon hinter uns. Die Stimulusgeschichten sind gelaufen, die Helikopterschecks sind ausgezahlt. Da kommt jetzt erstmal nichts mehr. Jetzt ringt man um das Infrastrukturprogramm. Nach wie vor offen, ob das durchkommt, ja oder nein. Heute werden wir die Einzelhandelsumsätze sehen. Prognose, minus 0,4 Prozent. Letzten Monat auch schon schwächer mit minus 1,3 Prozent. Das wird heute wichtig, damit man sieht, wie die Märkte darauf reagieren. Ist das dann eine gute Nachricht, wenn etwa die Einzelhandelsumsätze schlechter ausfallen würden, weil man sich sagt, naja, das nimmt den Druck etwas von der Fed. Also das wird für mich wichtig sein, heute zu beobachten. Wie reagieren die Märkte auf eine bessere oder auf eine schlechtere Zahl, damit man weiß, was sie eigentlich sozusagen, was ihr Wunschszenario eigentlich wäre. Abschließend noch ein Satz zu Gold. Wir sehen, dass CTAs, also Vermögensverwalter, wenn man so will, kaum in Gold sind. Die sind eher goldbeerisch unterwegs. Und wir sehen, dass die realen Renditen, die 10-Year-Real-Yield weiterfällt, was normalerweise für Gold gut ist. Und Gold ist ein bisschen gestiegen, aber nicht so viel gestiegen. Eigentlich müsste sich diese Lücke schließen. Entweder also Gold steigen oder die Real-Yields wieder zurückkommen oder etwas steigen, etwas weniger negativ werden. Also das könnte ein interessantes Game werden hier mit Gold in nächster Zeit. Also, wir haben die Situation heute, Wix Crush Friday. Normalerweise gut, dann kleiner Verfall. Kann dann zum Handelsende nach meiner Auffassung ein bisschen schwieriger werden. Wird es heute so kommen? Ich habe keine Glaskugel, aber es wäre zumindest ein Schema, das logisch klingt. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Wix Crush Friday. Servus und ciao.